Wenn du mich überlebst nach meinem Ende, Da grob der Tod mich mit dem Staub vereint, Und Zufall spielt die Zeilen dir in die Hände vom Toten, Der dies schrieb in Liebespein. Vergleich sie mit dem Besten deiner Zeit, Und achte sie, sei dürftig auch die Schrift Aus Liebe, nicht, weil ihre Kunst herfreut, Darin begabter Werk sie übertrifft. Dann denk in liebender Erinnerung mein, Wer mit dem Alter seine Kunst gediehn, Genehmer wären der Liebefrüchte sein, Und würden stolz in erster Reihe ziehen. Doch da er starb, und Dichter Besseres zeigen, Seien sie aus Kunst, ehe mir aus Liebe eigen. Hier tut der Dichter sehr bescheiden, Als wenn seine Gedichte nur Wert für den geliebten Jüngling hätten, weil sie Ausdruck der Liebe zu ihm sind. Ist das nur Maske? Nach der Art von Marc Antonin Julius Cäsar, Der in seiner genial-demagogischen Rede behauptet, Er sei kein guter Redner, Sondern könnte nur gerade heraus, Also ehrlich sprechen? Vielleicht wird damit auch nur angedeutet, Daß ihm die Liebe des Jünglings mehr bedeuten würde, Als jeder Dichter rum.